Die tickt doch nicht mehr ganz sauber. Sowas wie Dschungelcamp, dass er sich das überhaupt traut, mich zu fragen. Hi, Stella, was machst du denn hier? Ähm, die haben mir eine neue Serie angeboten. Zwölf Teile. In Tansania. Ah, Glückwunsch, das ist super. Danke. Ist übrigens Reif, mein Manager. Hallo, hallo. Manager, ich grüße Sie. Kann es sein, dass der Fahrstuhl kaputt ist? Wieso? Der fährt doch. Weil die Blitzlichter gehen nicht mehr. Auf dem Weg nach unten gibt's kein Blitzlicht mehr. Ja, dann viel Spaß in Tansania. Ich freue mich für dich. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss. Ach, nicht so doof. Die schaffen es einfach nicht, mich wieder in die Serie einzubauen. In meine Serie. Das ist doch noch lange kein Grund, dem Produzentenglas Wasser ins Gesicht zu kippen. Doch, genau das ist es. Lass uns doch wenigstens mal hören, was die uns anbieten wollen. Auf keinen Fall. Silla. Vielleicht wird es irgendwann mal Zeit, sich auch für andere Dinge zu öffnen. Willst du mich gerade in den Dschungel quatschen, oder was? Camp Desert. Das ist ja nicht der Dschungel. Ach. Ey, Pamela Anderson war doch auch schon mal im Dschungelcamp. Pamela Anderson? Hm. Tickst du noch ganz sauber? Guck mal, da oben. Da hängt sogar noch ein Plakat von mir. Silla? Silla? Können wir ein Selfie machen? Ja, natürlich. Mit dem Plakat im Hintergrund? Klar. Cool. Was macht denn der da? Hey! Was machst du da? Warte, mach ich. Ich häng das weg. Da kommt die Wilma wieder hin. Warum? Moment. Dich kenn ich doch. Du bist doch die von der Schranke. Moment. Silla, hör auf! Silla! Silla, hör mir zu! Hör mir zu jetzt. Die Angebote, die du dir wünschst, die gibt's einfach im Moment nicht. Und wenn du weiterhin so stur und so wenig bleibst, dann wird's auch die Angebote, die jetzt noch da sind, bald nicht mehr geben. Was soll das heißen? Das deutsche Showbusiness. Das kann man sich etwa so vorstellen wie, mal sagen, eine typische Schulklasse, ja? Vielleicht nicht Gymnasium, aber Gesamtschule. Dann gibt's die A-Promis. Die Streber. Das sind die Menschen, die immer nur Einsen geschrieben haben und nie für eine gute Note den Lehrer befunden mussten. Dann gibt's die B-Promis. Das sind die Sportskanonen. Die, die in Mathe so gar nichts gönnen, dafür aber ein anderes, unverkennbares Talent haben. Und dann sind da noch die C-Z-Promis. Die Schüler, die zur rechten Zeit am rechten Ort mal den Sportler oder den Streber gefögelt haben und das Glück hatten, dass die Schülerzeitung dabei war. Problem dabei ist, wenn die Schule mal vorbei ist, interessiert sich die Schülerzeitung nicht mehr für dich. Was hat sie, was ich nicht hab? Sieben Jahre jünger. Keine Fußballer Ex-Verlobte. Keine Hasenschnäuzchen-Filtervideos auf Social Media. Nicht nackig im Herrenmagazin. Und ne Menge andere richtige Karriereentscheidungen. Nix. Aber du weißt ja ganz genau, dass du darauf überhaupt nicht ankommst. Worauf dann? Dann erklär's mir. Warum bekommst du so ne Trash-Show angeboten und sie dreht einen Film nach dem anderen? Und jetzt spielt sie auch noch in meiner Serie mit? Werde ich jemals da sein, wo sie jetzt ist? Wie erklärst du deinem Kind, dass es nicht Astronaut werden kann? Du sagst doch nicht, du gemessen an deinem EQ und deinem BMI wirst du eher Bauarbeiter oder Bäckereifachverkäuferin. Du sagst doch ja. Was für ne tolle Idee. Wenn du dich ganz toll anstrengst, dann schaffst du das. Und darum lerne jetzt erstmal Mathe. Und das sagst du ganz in dem Wissen, dass er oder sie Mathe nur braucht, um später den Preis von zwei Brötchen und einem kleinen Stückchen Butterkuchen ausrechnen zu können. Vielleicht eines Tages, vielleicht auch bald, aber leider nicht jetzt. Die Angebote, die du willst, die sind nicht da. Was man nicht vergessen darf. Für Camp Desert bekommt Silla bestimmt 200.000. Macht 40.000 für den Onkel. Da muss eine Bäckerei-Fachverkäuferin lange für arbeiten. Und was mach ich jetzt? Ich weiß es auch noch nicht, aber lass es uns rausfinden. Stufe eins wäre allerdings, bitte nicht alles gleich ablehnen, ja? Na? Hast du dein Auto schon weggefahren? Nee, wieso? Ja, das weiß ich. Weil ich lass das jetzt abschleppen. Scheiße! Scheiße, wenn man abgeschleppt wurde, oder? Ja. Da kram ich nämlich. Echt? Ja. Nichts da. Weg dich! Aschlo! Tila! Reg dich ab, wir nehmen Taxi. Mann, es geht mir nicht um das scheiße Auto! Ist mir doch egal! Fuck! Vielleicht bin ich wirklich mittlerweile im Dschungel angekommen. Ich weiß, ich weiß. Scheiße. Abbaix, die Erste! Ups! Scheiße! Tut mir leid. Ist er noch dran? Wohl! Naja, jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, ja, dann müsst ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren. Genau. Und wenn ihr Fragen und Antworten haben wollt, dann schreibt ihr uns einfach und wir nehmen uns die Zeit und beantworten das. Also, bis dann. Tschüss, tschüss! Tschüss, tschüss! и